So, der Mann mit der geschmackvollen Kopfbedeckung ist der Lucky, der andere ist der Fred und wir sind hier, um Ihnen und Euch einen neuen, ich muss selber zugeben, sehr gelungenen Podcast anzukündigen. Ich finde auch diesmal ist es gut geworden. Ja, also er hat eine gewisse theatralische Qualität, ohne dass er übertreiben möchte. Ja. Wir können das beurteilen. Denn wir haben ihn schon gehört. Und wir wissen, was Theater ist. Ich mache jetzt keinen Theater, Schatz. Das hier ist das Dortmunder Theater. Und da geben wir einen, ja ich will sagen, a simple hint, a clue about what's to come an einem Termin, den der Lucky, weil er wieder neben Peter Urban beim ESC den aserbaidschanischen Teilnehmer seine Großmutter vorrechnen muss, was keine Sau interessiert, noch nicht nennen kann. Also der Satz fing ja an mit, der Termin für das, was möglicherweise im Theater, wir wollen nicht zu viel verraten. Was wir eigentlich sagen wollten ist, es gibt einen neuen Podcast von Lucky und... Korrekt. Mach weiter. Es gibt einen neuen Podcast und zwar auf Soundcloud und hier ist irgendwo der Link und... Jetzt kommt diese Groovy Western-Gitarre und die Stimme von Peter. Lucky und Fred.